Wie sieht in der heutigen Zeit das Verhältnis des Großteils der Menschheit in Bezug auf ihre Beziehung zum wahren Gott aus? Sind die Menschen mit Gott verbunden und erhalten sie gar Schutz und Segen von ihm? Leben sie gemäß seinen Geboten und befolgen seine Satzungen und Rechtsvorschriften? Was sagt die Bibel zu all diesen Fragen, die ich rhetorisch gefragt habe, da wir wissen, dass es eben nicht so ist? Die Schrift hat aber natürlich einiges dazu zu sagen und so ist es eben neben der Verkündigung des Evangeliums und der Warnung vor dem kommenden Gericht, ebenfalls die Verantwortung von Gottesdienern, die Menschen zur Reue zu ermahnen. Und so lautet der Titel meiner Kurzpredigt heute, lasst euch mit Gott versöhnen. Vor dem ersten Kommen Jesu Christi hat Johannes der Täufer diesen Auftrag erfüllt. Er predigte dem Volk Judah die Notwendigkeit der Reue. Das tat auch Christus. Aber nach der Himmelfahrt Jesu Christi zum Vater bekam die neutestamentliche Kirche den Auftrag, die Reue und damit die notwendige Versöhnung mit Gott zu verkünden. Und in unseren Tagen ist es unsere Aufgabe und Verpflichtung, dies zu erfüllen. Gott erwartet von uns, dass wir das tun. Wir bereiten heute die ganze Welt auf die Rückkehr Jesu Christi und die Ankunft des Reiches Gottes vor, indem wir das Evangelium vom Reich Gottes zu einem Zeugnis verkündigen. Schauen wir uns einmal gemeinsam an, in 2. Korinther, Kapitel 5, in den Versen 18 bis 20, wie es der Apostel Paulus beschreibt. Wie geht die Versöhnung mit Gott vonstatten und was ist dabei unsere Aufgabe, als Gottes wahre Kirche und uns individuell als seinen Dienern? 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 18 bis 20. Ich zitiere aus der Lutherbibel 2017. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. In der Anmerkung steht als Alternativübersetzung, denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott möchte alle Menschen in Christus mit sich versöhnen. Jesus Christus ist der einzige Weg, Versöhnung mit Gott, dem Vater, zu erlangen. Aber genau so hat Gott bestimmt, seiner Kirche dieses Amt für die Zeit bis zur Rückkehr seines Sohnes zu übertragen. Und so bitten auch wir heute, alle Menschen, sich mit Gott in Christus versöhnen zu lassen. Nehmen wir die Reue an, die Gott anbietet. Er wartet auf jeden von uns, den er heute beruft, seine Versöhnung anzunehmen. Und das bedeutet natürlich, sich der Kirche Gottes anzuschließen und sich letztendlich dann auch taufen zu lassen. Ein individuelles Christsein für sich allein zu Hause funktioniert eben nicht. Das ist nicht der Wille Gottes. Jesus Christus warnte damals die Pharisäer im Tempel, indem er sagte, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Das kommt aus Johannes Kapitel 8, Vers 21. Und weiter sprach er in den Versen 23 bis 24, ihr seid von unten, ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Das kommt aus der Schlachter 2000-Übersetzung. Die Pharisäer glaubten Christus nicht und sie glaubten auch nicht an ihn. Und so konnten sie keine Versöhnung mit Gott erlangen. Und ebenso wie Christus nicht von dieser Welt war, so sagte er auch, dass wir ebenfalls nicht von dieser Welt sind. Aber wie nehmen die meisten Menschen, die sie heutzutage hören werden, diese Botschaft auf? Freuen sie sich darüber und sind dankbar dafür, dass ihnen jemand diese Worte verkündet? Die meisten sogenannten gläubigen Menschen denken, dass sie gar keine Versöhnung nötig haben. Sie gehen davon aus, dass weil sie ihre Traditionen und religiösen Gebräuche praktizieren, doch ein gottgefälliges Leben führen. Und daher hätten sie doch gar keine Versöhnung nötig. Wie kann man sich also rausnehmen, so etwas zu behaupten? Es ist eben wie mit den meisten Botschaften Gottes, die verkündet werden müssen. Sie sind nicht besonders beliebt und werden daher auch nicht einfach so freudig angenommen. Sehen wir uns dies einmal in der Apostelgeschichte, Kapitel 26, in den Versen 17 und 18 an, wo Lukas die folgende Begegnung des Paulus mit Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus nieder schrieb. Jesus Christus sprach hier zu Paulus die folgenden Worte im Zusammenhang mit dem Auftrag, den er Paulus erteilt hatte. Apostelgeschichte, Kapitel 26, die Verse 17 und 18. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Bekehrung hin zum Licht, welches ist der wahre Gott und sein Wort, bedeutet, dass man sich der Herrschaft Satans entzieht und sich Gottes Herrschaft unterstellt. Es bedeutet, dass man die Reue, die Gott anbietet, annimmt. Es bewirkt, dass man Erkenntnis über Gottes Wahrheit erhält, beginnt, gehorsam zu werden und sich dann taufen zu lassen. Und dann erhält man durch das kostbare Blut, das das Lamm Gottes zur Vergebung unserer Sünden vergossen hat, die wahre Versöhnung mit Gott, dem Vater. Und dann erlässt und vergisst er auch unsere begangenen Sünden. Dann gehören wir zu Gott und können mit ihm in Gemeinschaft leben. Denn nun haben wir Zutritt zu seinem Thron und können ihn um wahre Hilfe bitten. Uns hat Gott dieses Verständnis gegeben und wir haben uns entschieden, die Reue anzunehmen und uns mit ihm versöhnen zu lassen. Jedoch wissen wir auch, dass der Großteil der Menschheit dies vor der Rückkehr Jesu Christi nicht tun wird. Für sie wird dieses Ereignis erst später stattfinden. Und das wird auch durch den Versöhnungstag symbolisiert. Dazu möchte ich einmal aus unserer relativ neuen Broschüre die Bedeutung von Gottes heiligen Herbstfeiertagen zitieren. Dort heißt es auf Seite 2 über den Versöhnungstag. Um allumfassenden Frieden und Glückseligkeit auf der ganzen Welt zu etablieren, muss der Erzfeind Gottes und der Menschen, Satan, von seiner Macht über diese Erde entbunden werden. Vergleiche Offenbarung, Kapitel 2, Vers 13. Nur dann ist es für die Menschheit möglich, vollends mit Gott versöhnt und eins zu werden. Der jährlich wiederkehrende Versöhnungstag steht für dieses Ereignis, an dem in naher Zukunft Satan vom Thron gestoßen werden wird. Vergleiche Römer 16, Vers 20. Aber dennoch gehört diese Botschaft zur Verkündigung des Evangeliums und trägt somit ebenfalls zur Rückkehr Jesu Christi auf diese Erde bei. Wie wir im 2. Korintherbrief gelesen haben, gab Gott der Kirche das Amt, diese Botschaft an Christi statt, weiter zu verkünden. Wir erfüllen heute diese wichtige Aufgabe, die Johannes der Täufer damals ausgeführt hat. Und warum hören dann die Menschen heute nicht auf die Botschaft, die die Kirche schon so lange als Zeugnis verkündet? Dazu möchte ich erneut aus der genannten Broschüre zitieren, und zwar diesmal von Seite 19, unter dem Punkt Verwirrung in Bezug auf den Azazel. Der Mensch kann nicht feststellen, wer der wahre Gott und wer ein falscher Gott ist. Gott selbst muss es dem Menschen offenbaren. Der Mensch hat sich selbst überlassen, hat sich dafür entschieden, Satan, den Azazelbock, anzubeten und ihm zu gehorchen, weil er denkt, dass er damit den wahren Gott anbetet. Weil die Menschen die Anbetung Satans mit der Anbetung Gottes verwechseln, denken sie, dass der Azazelbock, der Satan repräsentiert, in Wirklichkeit Christus darstellt. Und so ist es bis heute in der Welt geblieben. Die Menschen kennen den wahren Gott nicht, ganz gleich, welcher Religion sie auch angehören mögen. Wenn Gott es den Menschen nicht offenbart, dann können sie ihn und Jesus Christus nicht erkennen. Und dann ist eben keine Versöhnung mit Gott möglich. Das heißt aber nicht, dass die Kirche nicht die Verantwortung hat, heute diese notwendige Versöhnung mit Gott zu verkünden. Und es reagieren ja auch einige wenige wahrhaft berufene Menschen auf diese Botschaft. Wie sonst wären wir alle zur Versöhnung mit Gott gelangt? Wir haben diese Botschaft angenommen und dementsprechend darauf reagiert. Aber das wünscht sich Gott in Zukunft für alle Menschen. Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang auch stellt, ist, auf welchem Weg Gott denn nun wirkt, die Menschen heute, aber auch in der Zukunft im Millennium und danach im großen weißen Throngericht zur Bekehrung und damit zur Versöhnung zu bringen. Wie war es denn damals bei uns gewesen, als er uns auf diesen Weg geführt hat und uns dazu gebracht hat, auf seine Wahrheit zu reagieren? Wie bewirkt Gott, dass die Menschen bereit werden, seine Wahrheit zu akzeptieren? Paulus hat dies in Römer Kapitel 10 in den Versen 13 bis 17 sehr genau beschrieben und genau so ist es ja auch damals bei uns gewesen. Schauen wir es uns gemeinsam an und erinnern wir uns auch, wie befreiend es für uns gewesen ist. Römer Kapitel 10, die Verse 13 bis 17 Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und so ist es seit nunmehr 2000 Jahren so, dass die Welt der Predigt der Kirche Gottes keinen Glauben schenkt. Weil sie von der Finsternis gefangen halten werden. Weil sie Satan, dem Teufel, dem Gott dieser Welt folgen. Und von daher ist keine Versöhnung mit dem wahren Gott im Himmel möglich. Aber das Zeugnis dieser Botschaft, der Auftrag, der der wahren Kirche Gottes gegeben wurde, wie Paulus es an die Korinther geschrieben hat, wird bis zurück, Herr Jesu Christi, und darüber hinaus verkündet werden. Denn wir vertrauen auf Gottes Wort und sind uns unserer Verantwortung bewusst. Noch einmal möchte ich aus unserer Broschüre zitieren, diesmal von Seite 25, wo sich die Aussage auf den Beginn des Millenniums bezieht. Wenn Christus wiederkommt, wird der ganzen Welt die Möglichkeit eröffnet, sich mit Gott zu versöhnen, eins mit Gott zu werden. Satan wird für tausend Jahre gebunden sein. Endlich kann die Herrschaft Christi über diese Erde beginnen. Christus wird dann über diese Erde herrschen und wir werden unter ihm über diese Erde herrschen. Wir werden den Menschen Gottes Wahrheit predigen. Sie werden sie hören und sie werden dann die Möglichkeit erhalten, sich mit Gott zu versöhnen. Und ebenso werden tausend Jahre später auch unsere Familien, Freunde und Bekannte die Möglichkeit haben, in der zweiten Auferstehung Versöhnung mit Gott zu erhalten. Wie großartig dieser Gedanke schon heute ist. Das alles sind Ereignisse, auf die man sich unglaublich freuen kann. Stellen wir uns einmal vor, dass wir dann schon im Reich Gottes sind und dann all den Milliarden von Menschen helfen, auch Teil der Familie Gottes zu werden. Eine so großartige und überwältigende Tatsache, für die sich jeder Aufwand heute in diesem physischen Leben lohnt. Und dazu gehört auch die Tatsache, dass Gottes Kirche heute diese Botschaft der Versöhnung der Welt kundtut. Und Paulus beschreibt diese Versöhnung, die wir schon heute erhalten haben, in Römer Kapitel 5 und Vers 11 wie folgt. Und das ist die letzte Bibelstelle für heute. Römer Kapitel 5 und in Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und so bitten auch wir heute, lasst euch mit Gott versöhnen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!